So, Paragio, Großjahr, wir haben als Verein einen Brief erhalten und den muss ich euch vorlesen. Das geht halt nicht nur das. Steht drin, liebes Karneval von Voss von Elstitz, kommen von Weitheit her, möchten auftreten in Faschen, brauchen dringend Ruhe, kaufen um schöne Sachen. Bitte, bitte fragen eine Rukhova-Digjel, bis bald eine Jungfrau von Dnipr-Büttrovs. Nun, Paragio, Großjahr, was soll ich da unseren Rukhova-Digjel fragen? Nein, ich muss ja im Prinzip euch fragen, die armen, armen Jungfrau von Dnipr-Büttrovs. Wollen wir sie sehen? Von sehr, sehr weit kommen sie her, hier sind sie, die Jungfrau von Dnipr-Büttrovs. 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 Untertitelung. BR 2018 Musik Musik Amen. Musik 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 Musik